Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch aus meinem Zimmer. Ich wollte euch jetzt mal meinen Lebensraum, meinen Schaffensraum, den Raum, in dem ich eigentlich den ganzen Tag über bin, zeigen. Ja, eine kleine Führung durch meinen, ja, durch diesen Teil. Das ist mein Kissenverhau, auf dem ich immer rumhänge. Ich nenne es immer Mount Kissen, Mount Kismor. Ja, es klingt jetzt doof, wenn ich es gerade so laut sage. Hier ist mein Milo. Hier sind viele kleine Bilder von Häschen und von Meerhäschen und von Eichhörnchen. Und hier ist noch eine DVD-Empfehlung, die ich da hinkleben musste, weil ich da versehentlich einen Fleck gemacht habe. Damals mit einer Cola-Flasche. Das ist eine doofe Geschichte. Ich habe vor Versehen die Cola-Flasche geschüttelt und dann hatte ich da einen schwarzen Fleck an der Wand. Ja, der war zum Glück klein, aber ich habe was drüber geklebt, damit es Mutti nie erfährt. Ups, jetzt erfährt es Mutti doch. Naja. Das ist Chisabal, meine komische Maus. Die habe ich vor Jahren mal geschenkt bekommen. Und die hängt da jetzt seitdem immer rum. Dann habe ich da noch ein paar Lern-Spaß-Teddy-Bären. Die habe ich noch erzählt, indem ich ein Kind bin. Und der Teddy hier, direkt hinter, den habe ich von meinem Großeltern mal mitbekommen. Den mit dem T-Shirt und den da hinten. Das ist mein allererster Teddy, den ich so geschenkt bekommen habe. Und da dahinter ist dann nochmal einer. Den habe ich mir mal gekauft irgendwo. Ich weiß aber auch nicht mehr warum, aber der ist da halt immer. Ja. Das war eigentlich auch schon die Rundführung. Ah. Und hier habe ich noch meine geliebte Janosch-Decke. Ja. Und dann habe ich nochmal eine Decke, nochmal eine Decke und nochmal eine Decke, weil ich friere immer ganz gern. Ja. Aber das ist ab jetzt der Blick, den ihr öfters zu sehen bekommt. Und den ihr vermutlich ein paar Monate satt habt. Aber eigentlich wollte ich mit euch über was anderes reden. Ich wollte mit euch über Erschöpfung reden. Ja. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mit euch über Regen rede. Aber irgendwie finde ich das komisch. Also was ich zum Thema Regen sagen kann, ist, dass es bei uns seit drei Tagen Dauerregen hat. Ist also wirklich schräg. Da kommt es runter wie aus einer Dusche. Und also es ist schön natürlich für mich, weil es dunkler ist und ich dadurch endlich mal mich ein bisschen erholen kann. Weil jetzt nicht diese krelle Sonne da ist. Und ich meine, mir ist zusätzlich belastet. Aber es ist auch anstrengend, weil es regnet die ganze Zeit. Und das heißt, ich komme gerade noch weniger raus, weil es ständig nass ist. Was kann ich euch zum Thema Erschöpfung sagen? Ich fange jetzt einfach mal ganz von vorne an. Das klingt komisch. Ist aber so. Wir hatten ein wirklich schönes Weihnachtsfest. Wir haben dieses Jahr alle viel gelacht. Und wir hatten es schön. Und es war toll. Aber es war halt auch anstrengend. Und danach war ich dann auch erschöpft. Und ich hatte aber keinen Overload. Yeah. Das ist für mich als Asperger was ganz Besonderes. Weil da krache ich gerne zusammen zu Weihnachten, Neujahr, Silvester und so. Aber dieses Mal bin ich da rausgekommen ohne Probleme. Yay. Kleine Siege muss man feiern. Aber ja. Ich war halt dann doch auch erschöpft. Und bin nicht sofort dazu gekommen, mich zu erholen. Weil am zweiten Tag war auch etwas anstrengend. Und der dritte Tag war auch etwas anstrengend. Aber danach habe ich dann... Naja. Am 31. war ich dann nochmal mit meiner Großmutter und meinem Papa unterwegs. Wir waren dann beim Einkaufen, weil ich noch nicht alles hatte für über die Weihnachts... Also über Silvesterzeit, entschuldigt. Und am... Ne, es war gar nicht am 31. Es war am 30. oder so. Es war auf jeden Fall irgendwann um den Dreh, aber nicht am 31. Am 31. war es richtig anstrengend. Wir haben einen sehr netten... Also wie ihr wisst, haben wir einen Hund. Der heißt Tassilo. Benannt nach der Tasse aus Die Schöne, das Biest. Ich habe es mit Märchen und Disney-Filmen. Ich gebe es zu. Deswegen nenne ich das hier auch immer mein Wunderland, mein Zimmer. Weil ich immer als Kind Alice im Wunderland so toll gefunden habe. Ich könnte es auch Oos nennen, weil ich immer es mit dem Zauber von Oos hatte. Aber ich fand dann irgendwie Oos klingt ein bisschen komisch für ein Zimmer. Ja, jetzt war ich... Ja, auf jeden Fall Tassilo, unser Hund, der ist aus einem Projekt, was ich auch sehr gut finde. Das sich darum kümmert, dass Hunde, die auf der Straße gelebt haben, für sie liebevolle und gute Familien kommen und sich dann dort eine neue Chance bekommen. Und da ist halt Tassilo her. Und unser Tassilo kommt aus Rumänien. Und da werden ihm leider Hunde gejagt teilweise. Und deswegen hat er leicht traumatische Belastungsstörungen. Und während den Feuerwerken und so merkt man es doch sehr stark. Da kriegt er richtig Angst und dann will er gar nicht alleine sein. Und so habe ich dann halt das ganze Silvester über bei Tassilo verbracht, weil ich auf ihn eine sehr beruhigende Wirkung habe. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber der Hund ist auch verrückt nach mir. Ja, aber es war halt dann so, dass wir dann viel Zeit miteinander verbracht haben. Halt auch hier oben. Dann waren wir auch, nachdem ich hier oben... Nachdem er dann angefangen hat zu sabbern und ich gedacht habe, oh, wann ist mein Gangnass, sind wir dann doch wieder nach unten. Und dann auf jeden Fall war es so, dass er dann nach geraumer Zeit da eben sich beruhigt hat. Und dann wollte ich eigentlich hochgehen, aber dann ist er wieder voll aufgeschreckt. Und ich durfte nicht die Tür verlassen. Ich durfte echt nicht fünf Minuten gehen. Veser Tschetter hat es auch richtig fies angefangen, Randale zu machen und so. Und hat auch Türen teilweise zerkratzt. Also bin ich das ganze Silvester über unten gewesen, was für mich auch sehr anstrengend ist, weil ich eigentlich von meiner Problematik her auch lieber zu Hause oben gewesen wäre, unter meine Decke geschlüpft wäre und die ganzen Lärm ausgeblendet hätte. Aber so bin ich halt dann beim Hund geblieben. Es war dann auch so, dass am ersten Tag... Also am ersten durfte ich auch nicht besonders weit weg von ihm. Da war er auch noch ganz schön aufgewühlt und wollte am liebsten, dass ich... Also ich hatte manchmal echt Angst, dass der gleich auf mich drauf springt und dass ich den dann huckepackt durch die Gegend schleppen muss. Das wäre ein bisschen schwer geworden. Aus dem wäre ich viel zu voll gewesen. Also ich durfte mich auch am ersten Januar noch nicht wirklich viel von ihm wegbewegen. Am dritten war es auch noch sehr anstrengend. Obwohl am ersten, kommen wir nochmal da zurück, da waren meine Großeltern noch zu Besuch. Da haben wir da halt mit denen noch etwas gefeiert. Da haben wir halt ein bisschen Kaffee und Kuchen. War auch schön. Und dann am dritten durfte ich immer noch nicht besonders weit weg vom Hund. Aber ich durfte schon wieder mehr weg. Und dann habe ich auf jeden Fall... Ab dem dritten habe ich dann auch wieder angefangen, mich um meine Sachen zu kümmern. Entschuldige mich eine Sekunde. Jetzt muss ich gerade gucken, welchen Wochentag der dritte war. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Das ist jetzt... Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja, am dritten... Ich bin schon ab dem zweiten nicht mehr so viel beim Hund gewesen. Am zweiten war ich schon wieder unterwegs. Und da musste ich mich auch noch drum kümmern, dass mein iPod blöderweise kaputt gegangen ist. Und ich jetzt ein etwas neueres Modell habe. Da muss ich mich gerade also auch noch umgewöhnen. Ich hasse sowas. Ja, und am dritten, da habe ich mich dann das erste Mal aufruhen können, ansatzweise. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, jetzt heute am sechsten, also gestern am fünften habe ich angefangen zu merken, dass ich jetzt langsam langsamer machen muss, weil ich so diese ersten Zeichen von Overload habe. So was wie, dass ich total verpaled bin, was ich wiederum daran merke, dass ich mir eine leichte Baltrian hinlege und dann aus dem Zimmer gehe und dann plötzlich die Baltrian verschwunden ist und ich keine Ahnung mehr habe, wo ich die hingelegt habe. Also, wenn man die irgendwann wiederfinden würde, wäre es schon cool. Ich muss die noch irgendwann wiederfinden. Ich weiß nur, dass sie nicht mein Hase hat, aber sonst weiß ich nicht mehr, wo die ist. Oder sowas wie, dass ich den Wohnhobschlüssel ziehe und dann rausgehe, um dann nach ein paar Minuten festzustellen, dass ich den Wohnhobschlüssel zum Einkaufen mit rausnehme, solche Sachen. Oder, dass ich zum Beispiel, auch sehr ganz bekannte Geschichte, dass ich meine iPod suche und suche und suche und dann schließlich und endlich in meinem Schrank finde, wo ich ihn eigentlich nach meiner Erinnerung nicht hinlege. Oder, dass ich zum Beispiel das Telefon plötzlich verlege. Oh Gott, da habe ich das Telefon verlegt. Ja, und an solchen Sachen merke ich es einfach. Oder auch, dass ich extrem müde bin und schlapp und im Prinzip gerade nur bei klein, bei der falschen Körperlage sofort wegpenne. Aber, entschuldigt, heute hat meine Mom Geburtstag und deswegen klingelt ständig Telefon und sowas. Ja, was auch so eine Sache ist, wir haben gerade noch den Geburtstag für Mom gefeiert, das war schön. Aber, jetzt werde ich mich auch auf jeden Fall erholen und viel schlafen und meinen Schlaf nachholen. Und, ähm, ja, es wird's ja jetzt nicht zu erholen und etwas mal runterzufahren. Sollte man nämlich auch mal tun. Was nicht heißt, dass weniger Videos kommen, sondern einfach nur, dass ich jetzt mal morgen den Tag wahrscheinlich erst mal durchschlafe. Ja, das wollte ich euch irgendwie so erzählen. Ähm, bevor ich es vergesse, ich wollte euch auf jeden Fall noch eine Frage stellen. Die ist mir sehr wichtig und ich wünsche mir sehr, dass ihr mir antwortet, weil, ja, nur so kann ich wissen, ob es wirklich, ähm, ob es erwünscht ist. Ich wollte euch fragen, ob ihr es so eine gute Idee findet, wenn ich euch mal etwas mehr in meinen, in mein Leben, von meinem Leben zeige, in mein Leben integriere, ähm, mehr an meinem Leben teilhaben lasse, indem ich euch einfach ein bisschen, indem ich einfach die Kamera ein bisschen mitnehme und wenn ich dann zum Beispiel einkaufen gehe, die euch dabei mitnehme oder sowas wie, ähm, wenn ich ins Kaffee gehe, was auch etwas selten passiert, aber wenn ich euch da mitnehme oder wenn ich einen Ausflug mache, was noch seltener passiert, dass ich euch da mitnehme oder einfach auch sowas wie, dass ich euch an meinen Gedanken oder Dingen, die mir gerade in, just in der Sekunde einfallen, einfach mal, ähm, teilhaben lasse, so in kürzerer, kürzerer Form als das hier, ähm, und dann einfach mal so ein paar kürzere Videos, ähm, aufnehme, die dann aber nicht Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag kommen, sondern halt dann in nicht so ganz regelmäßigen Abständen, halt immer dann, wenn irgendwie mal was ist oder so. Aber ich muss zugeben, ich habe noch keinen genauen Plan, wie ich das umsetzen soll oder wie ich das machen soll, aber ich wollte einfach mal wissen, ob euch sowas interessieren würde, so an meinem Alltag teilzuhaben. Ähm, wie ich mein Essen auch zum Beispiel als ich zubereite oder was, wie ich, während ich die Sims spiele, ich, ähm, ja, also wäre kein Let's Play, aber euch einfach mal dabei teilhaben zu lassen, während ich die Sims spiele oder solche Sachen einfach. Ähm, oder eben auch, wenn ihr Ideen habt, sowas wie, ähm, geh doch mal ins Museum, vielleicht wäre das cool oder sowas, dass ich dann einfach mal versuche, das auch umzusitzen. Ähm, ist ja cool, wenn ihr mir das antwortet, ob euch sowas interessiert oder nicht. Schreibt es mir auf jeden Fall in meine Kommentare oder schreibt mir auch gerne über Facebook oder eine E-Mail, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da möchte ich wissen, würde ich wirklich, wirklich gerne wissen, ob sowas gewünscht ist oder nicht, weil, ja, ähm, wenn nicht, dann, dann ist es gut und wenn ja, dann, damit ich dann auch wirklich es umsetze und nicht einfach nur davon labre und dass ich dann die Kamera auch mitnehmen und sie nicht hier zu Hause vergesse. Okay, ähm, schreibt mir auf jeden Fall das, aber ihr könnt mir auch gerne andere Sachen schreiben. Schreibt mir alles in die Kommentare, ich freue mich über jeden Kommentar, weil alles, was ihr mich fragt oder was ihr mir sagt oder was ihr mir schreibt, hilft mir, euch zu helfen, die Thematik des Aspergers besser zu verstehen. Meine Mutti sagt immer, es gibt keine dummen Fragen, nur doofen Antworten, also im Zweifel liegt der Fehler bei mir, nicht bei euch, ähm, und jede Frage hilft mir, selbst wenn es so ist, ähm, so was wie, ähm, wie geht's, wie ist bei euch das Wetter, das wäre auch schon, das hilft auch schon weiter, weil dann, ja, ich kann es jetzt nicht erklären, wieso, weil ich es gerade selber nicht weiß, wenn ich Pilleballe bin, also Entschuldigung. Aber ihr könnt mir gerne schreiben über, hier über den YouTube-Kanal, einfach, ähm, drunter schreiben, aber da braucht ihr ja selbst einen Kanal, aber ihr könnt mich abonnieren, was zum Glück gratis ist, falls ihr euch einen Kanal zu, habt oder einen zulegt. Ähm, den könnt ihr aber auch gerne über Facebook, ähm, schreiben, das ist dann die Ella Bella Flor oder eben auch über E-Mail, das ist dann die bell.readmeyer.outlook.com und, ähm, ich werde euch das aber alles auch nochmal in meine Infobox reinschreiben und bitte, ich bitte euch wirklich dieses Mal mir zu antworten, ob das euch interessiert oder nicht, weil das ist mir wirklich, ähm, ein Anliegen, das rauszufinden. Ich werde euch vielleicht auch noch eine Weile lang mit den Videos mit diesem Thema nerven erst mal, aber wir sehen uns dann am Freitag und ich hoffe, Freitag, und ich hoffe, dass ihr, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Also dann, ciao!